. . . Hey, ich stink auf den Maul. Ekelhaft, wo hast du bloß wieder rumgeleckt? Mein Freund sagte, ich kann ihn am Arsch lecken. Und sie hat's gemacht. Hey, ja doch lieber Nutella. Kann man jemand sagen, warum wir immer einen Badeanzug duschen? Unsere Mumus und Popatzen werden doch niemals richtig sauber. Die Popatze ist das Arschloch. Der After. Aber nicht das After Eight mit dem Pfefferminz-Geschmack. Ich zieh den Badeanzug beim Duschen auch mal aus. Ach, Menno, ganz nackt halt. Wir finden das beschissen. Wenn ich ehrlich bin, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hunden ganz nackt. Duschen mal nackt. Ich mach das auch. Immer wenn mein Freund reinkommt, wird seine sofort steif. Sofort steif? Wenn mein Freund reinkommt, weiß das Vögeln statt waschen. Will meine Schamlippen waschen. Alle antreten zum Anblasen. Na dann, Blasi Blasi Time. Mh. 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 Mh.